Das Geschenk Auf einer abgelegenen Südseeinsel lauscht ein Schüler aufmerksam der Weihnachtserzählung der Lehrerin, die gerade erklärt. Die Geschenke zu Weihnachten sollen uns an die Liebe Gottes erinnern, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, um uns zu erlösen. Der Gottes Sohn selbst ist das größte Geschenk für die Menschheit. Mit den Geschenken zeigen die Menschen ihre Liebe zueinander. Am Tag vor Weihnachten schenkt der Junge seiner Lehrerin eine Muschel von ausgesuchter Schönheit. Wo hast du denn diese wunderschöne, kostbare Muschel gefunden? fragt sie ihren Schüler. Der Junge erklärt, dass es nur eine einzige Stelle auf der anderen Seite der Insel gäbe, an der man gelegentlich solch eine Muschel finden könne, in einer kleinen Bucht, etwa 20 Kilometer entfernt. Sie ist einfach zauberhaft, sagt die Lehrerin. Ich werde sie sorgfältig schützen und aufbewahren und mich so immer an dich erinnern. Aber du solltest nicht so weit laufen, nur um mir ein Geschenk zu machen. Mit leuchtenden Augen erklärt der Junge. Der lange Weg ist ein Teil des Geschenks. Der lange Weg ist ein Teil des Geschenks. Das ist ein Teil des Geschenks. Das ist die 총 0-2 km.